Willkommen zu Plenum TV, das Magazin für Franken. Heute mit folgenden Themen. Die Energieblockade. Die Grünen werfen der Staatsregierung vor, sie sei ein Totalblockierer im Ausbau der regenerativen Energien. Dann kümmern wir uns um einen alten Studienabschluss, das deutsche Diplom. Die Freien Wähler wollen diesen renommierten Abschluss wiederbeleben. Mal sehen, wie die Meinungen im Landtag dazu verlaufen. Und zuletzt reden wir über ein unliebsames, über ein schwieriges Phänomen. Die Deutschen werfen im Jahr knapp 100 Kilo Lebensmittel weg. Und wir diskutieren die Frage provokant, können wir es uns überhaupt leisten, weniger Lebensmittel wegzuwerfen? Harry Scheuenstuhl, 53, verheiratet drei Kinder. Seit 2013 vertritt er die Stimmkreise Fürthland und Neustadt an der Eischbad Winzheim im Landtag. Mit 18 Jahren bin ich der SPD beigetreten, habe mich dann hochgearbeitet, über den Ortsverein, durch verschiedene Feste, natürlich auch politisch profiliert, kommunalpolitisch. Bin dann in den Gemeinderat gekommen, von dort aus wurde ich dann Bürgermeister der Gemeinde Wörmsdorf. Dieses Amt übt Scheuenstuhl Ganze 18 Jahre aus, bevor es 2013 direkt in den Landtag geht. Dort sind der Umwelt- und Verbraucherschutz seine Schwerpunktthemen. Passend zu seinem Amt als umweltpolitischer Sprecher ist auch das Hobby des 53-Jährigen. Gartenarbeit. Das macht mir Spaß. Pflanzen, Bäume schneiden, Rasen mähen. Muss ich nicht, weil ich habe keinen Rasen, sondern ich habe eine Wiese. Und dann natürlich Ernten im Herbst und das macht viel Spaß. Das Reizvolle an der Politik ist, dass man nie weiß, was morgen passiert. Und dass man jede Minute mit etwas Neuem rechnen muss. Es wird einem nie langweilig. Meine neue Aufgabe als umweltpolitischer Sprecher und auch als Mitarbeiter in der Kommunalpolitik in der Landtagsfraktion ist also so vielfältig und ich kann so viel Erfahrung, die ich bereits in meinem politischen Leben sammeln konnte, einbringen, dass es einfach eine tolle Sache ist, Landtagsabgeordneter zu sein. Motivation, die sich auch in seinen Zielen widerspiegelt. Scheuenstuhl will mit der SPD raus aus der Opposition und in Bayern die Regierung stellen. Beginnen wollen wir mit einem alten, renommierten Studienabschluss, dem deutschen Diplom. Die Freien Wähler wollen diesen Abschluss wieder aktivieren aufgrund der Praxisnähe und aufgrund des bekanntermaßen hervorragenden Renommees, den der deutsche Diplomingenieur beispielsweise in der Welt nach wie vor genieße. Mal sehen, was Bayerns Kultus- und Bildungs- und Wissenschaftsminister Spähnle dazu zu sagen hat. Das Landesparlament könnte ein Diplom beschließen, aber die gemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz über die Anerkennung und Akkreditierung von Studiengängen würden dazu führen, dass diese bayerischen Spezialstudiengänge nicht anerkannt werden. Also das ist gut gemeint, aber kräftig neben dem Ziel. Soweit also Minister Spähnle zum Thema mögliche Wiedereinführung des Diplomabschlusses und auch im Bayerischen Landtag gehen die Meinungen dazu weit auseinander. Der Diplom ist weltweit anerkannt wie Made in Germany und es war immer ein Titel, der absolut eine Wertschätzung, ein Qualitäts- und ein Gütesiegel für die Ausbildung in Bayern in Deutschland war. Und deshalb wollen wir diesen Titel nach wie vor führen lassen. Die Freien Wähler, glaube ich, sind nicht bloß konservativ, sondern sie begreifen auch nicht, dass die Zeit einfach mal rum ist. Fahrlässig und völlig falsch haben wir über 40 Berufe den Meistertitel aberkannt. Wir haben ihn in der Europäischen Union verschenkt. Wir haben unsere duale Ausbildung, die die höchste Anerkennung in Europa hat, die verramschen wir. Anders kann ich es nicht sagen. Wir verunsichern nur, wenn wir jetzt wieder plötzlich einen Diplomstudiengang einführen. Das wird Chaos an den Universitäten geben und überhaupt keine Rechtssicherheit für die Arbeitnehmer, weil man gar nicht mehr weiß, was steckt denn in welchem Studiengang. Ich glaube oder ich bin sicher, das ist der falsche Ansatz. Es ist unzweifelhaft und das sehe ich auch so, dass der Bologna-Prozess nicht abgeschlossen sein kann und das an vielen Ständen auch Nachjustierbedarf besteht. Dass man aber auch das jetzt plötzlich so hochgeschätzte Diplom aufrechterhalten kann, zeigt die Technische Universität hier in München. Das wäre keine kleine Lösung, keine kleine Korrektur, sondern das wäre ein Wiederanfang oder sagen wir mal so ein Neubeginn wie vor 20 Jahren. Das halte ich für nicht zielführend. Die Staatsregierung und die CSU sind die Totalblockierer der Energiewende. Diesen Vorwurf machten unlängst die bayerischen Grünen im Landtag. Stimmt gar nicht, empörte sich die CSU. Wir haben in Bayern die meisten Photovoltaikdächer, wir haben die meisten Windkraftstandorte, zumindest viel mehr als in Württemberg. Wir entwickeln die Wasserkraft und vielleicht brauchen wir gar keine Stromtrassen, weil wir selber genügend eigenen Ökostrom produzieren. Eine äußerst lebendige Diskussion im Landtag. So viel Planlosigkeit wie hier herrscht, die ist besonders gleichen. Stopp der Windenergie, keine klare Aussage zu den Stromtrassen, keine klare Aussage, was überhaupt an Strom gebraucht wird. Der Bürger ist ratlos. Und so auch ich. Die Vorwürfe, die dort mit aufgekommen sind, gerade in Bezug auf die erneuerbaren Energien oder Windkraft, sind für mich nicht haltbar. Weil wenn man die Zahlen anschaut und Statistiken lügen ja meistens nie. Es ist schon so, dass Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern, nehmen wir zum Beispiel Baden-Württemberg, dort einen erheblichen Zubau oder einen größeren Zubau hat an Windkraftanlagen, als das andere Land auch hat. Der Energiedialog hat im Februar geendet. Und seitdem ist eigentlich nichts passiert, außer dass versucht wird, die Nachbarländer mit dem Problem zu behaften. Siehe Trassen führen durch Baden-Württemberg, was die Baden-Württemberger auch nicht begeistert. Bayern ist nicht der Bremser. Bayern will aber genauso wie die anderen Bundesländern gehört werden. Es zeichnet sich derzeit ab, dass der Bund bzw. andere Bundesländer inklusive leider auch unseren Grünen und der SPD darüber bestimmen wollen, wie sich Bayern an der Energiewende beteiligt. Das heißt, wir sollen die Trassen nehmen. Wir sollen die Entsorgung übernehmen. Jeder Deutsche wirft im Jahr etwa 84 Kilo an Lebensmitteln weg. Das ist in Bayern genauso wie in Schleswig-Holstein. Die Franzosen haben da vor wenigen Tagen ein Gesetz erlassen. Supermärkten wird es verboten, abgelaufene Lebensmittel wegzuwerfen. Dort wandert sehr viel in die Tafelbewegung. Zu diesem sozialen Thema begrüße ich an meiner Seite Steffen Vogel von der CSU. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Herr Vogel, Sie sind Mitglied des Bayerischen Landtages in der ersten Legislatur. Sie sind gewählt, Hasberger Stimmkreis. Sie sind Mitglied des Sozialausschusses im Landtag. Das ist noch kein richtiges Thema im Maximilianeum. Das Wegwerfen von Lebensmitteln mit vielerlei Konsequenzen ist noch nicht so richtig auf der Agenda. Warum? Da stimme ich Ihnen absolut zu. Das ist zum einen ein ganz wichtiges Thema. Man sieht ja auch in Frankreich, dass der Handlungsbedarf gesehen worden ist. Soweit ich weiß, plant ja möglicherweise auch Baden-Württemberg da eine gesetzliche Regelung. Und ich stimme Ihnen absolut zu, dass es bisher noch kein Thema im Bayerischen Landtag war. Aber ich denke, das sollte man durchaus mal aufgreifen und auch mal beobachten, wie jetzt die Entwicklung in Frankreich ist und auch wie Baden-Württemberg sich verhält. Und möglicherweise dann selbst, dass wir auch als Freistaat Bayern ein Stück weit initiativ werden. Ein paar Zahlen für die Diskussion. Hauptsächlich wirft der Privathaushalt weg. Über 50 Prozent der Lebensmittel kommen im Privathaushalt in die Mülltonne. Danach die sogenannten Großverbraucher. Das sind also Gastronomiebetriebe, Kantinen. Der Supermarkt selber ist gar nicht mal das große Problem. Der hat weniger als fünf Prozent der Lebensmittel, die dort auf die Seite kommen, sagen manche. Wo sind denn da die Ursachen? Ich glaube, das ist eben wichtig, dass man sich einfach mal die Zahlen bewusst macht. Es wurde ermittelt, dass in Deutschland 11 Millionen Tonnen weggeworfen werden, die eigentlich nicht weggeworfen werden müssten. Und wenn man es auf Bayern runter bricht, sind es circa 1,3 Millionen Tonnen. Und das ist natürlich ein Riesenberg, eine Riesensumme. Und wenn man es in LKWs umrechnen würde, wären es 73.000 LKWs an Lebensmitteln, die bei uns weggeworfen werden. Und deshalb beobachten wir das sehr genau, auch in Frankreich jetzt, weil, wie Sie richtig ansprechen, ist gar nicht unbedingt der Handel der Bereich, der die meisten Lebensmittel wegwirft, sondern wir Verbraucher. Wir Verbraucher schätzen oftmal die Lebensmittel nicht hoch genug. Und vor allem im Privathaushalten wird da das überwiegende weggeschmissen. Und deshalb ist es nach unserer Überzeugung auch wichtig, dass man beispielsweise Ernährungsbildung auch forciert. Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat ja auch zwei Initiativen. Restlos gut essen. Das ist eine Wanderausstellung, die jetzt in den Landratsämtern, in Sparkassen, in Museen gezeigt wird, wo man einfach aufklärt und auch zeigen möchte, dass Lebensmittel wertvoll sind. Und es gibt ja dann auch noch die Initiative Wertvoll Essen. Und auch da gibt es praktisch dann Veranstaltungen, Ernährungsbildungsveranstaltungen über die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Da gab es glaube ich schon 200 Veranstaltungen. Aber auf ganz Bayern ist das natürlich zu wenig. Man kann den überschüssigen Lebensmittelberg quasi retten vor der Mülltonne. Und in Bayern gibt es wie auch überall in Deutschland die Tafelbewegung. Ist das ein sinnvolles Ventil? Kann man da das verstärken? Da stimme ich Ihnen auch zu. Die Tafeln sind eine ganz wichtige Einrichtung. Eben aus zwei Gründen. Einmal die Wertschätzung von Lebensmitteln, dass man Lebensmittel aus dem Supermarkt nicht wegwerft, sondern dass man die dann an Menschen weitergibt. Sinnvoll, dass die genutzt werden. Das andere ist eben, dass durch die Tafeln nach sozial Schwache dann auch Lebensmittel günstig erhalten können und damit praktisch in ihrer Lage ein Stück weit Unterstützung bekommen. Das Beispiel Frankreich zeigt aber auch, dass es große Vorbehalte gibt. Einmal vom Handel, der sagt, wir sind ja nur ein kleiner Teil derjenigen, die Lebensmittel in Anführungszeichen nicht einsetzen, sondern wo Lebensmittel weggeworfen werden, sondern Privathaushalte eben das meiste. Und das zweite ist, dass die Tafeln in Frankreich, die haben ein ähnliches System, die wehren sich ein Stück weit dagegen, weil sie sagen einmal, wir kriegen diese Massen überhaupt nicht weg. Wenn jetzt wirklich verpflichtend alle Lebensmittel bei uns ankommen, dann haben wir einfach ein logistisches Problem, dass wir diesen Bedarf überhaupt noch nicht so haben. Das heißt, die Tafeln sehen das durchaus auch kritisch, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, als auch der Handel sagt, wir sind möglicherweise auch nicht die Hauptursache, sondern eine Nebenursache. Und was wir vielleicht auch noch ansprechen sollten, wenn wir so eine Verpflichtung einführen würden, dann bräuchten wir dann auch haftungsrechtliche Regelungen für die Betriebe, die ja das dann weitergeben, die Lebensmittel, müssen die trotzdem einen Qualitätsstandard haben. Und auch steuerrechtlich ist das ja nicht so ganz einfach. Warum? Das Unternehmen kauft das ja ein, das ist eine Betriebsausgabe. Und dann, wenn es das weitergibt, ist es dann eine Spende? Wie ist das dann steuerrechtlich zu behandeln? Also das ist einfach ein größeres Feld, was man damit bearbeiten muss. Da kommt der Jurist jetzt ein bisschen zum Vorschein. Herr Vogel, kann es denn sein, dass es auch ganz vehement für so ein Agrarland wie Bayern eben auch noch eines natürlich ist, dass es auch ökonomische Auswirkungen hat? Was würde denn passieren, wenn wir weniger Lebensmittel kaufen würden, also auch den Bauern quasi weniger abnehmen? Dann würden die Erzeugerpreise ja noch mehr in den Keller gehen. Können wir uns das überhaupt leisten, die Lebensmittel nicht wegzuwerfen? Ich denke, wir brauchen mehr Wertschätzung auch für regionale Produkte. Und das ist vollkommen klar, wenn wir heute 10, 15 Prozent weniger Lebensmittel kaufen, weil wir einfach die Lebensmittel sinnvoll verwerten und weiter einsetzen, dann geht der Absatz um 10, 15 Prozent zurück. Und damit sind natürlich unsere landwirtschaftlichen Betriebe, unsere bäuerliche Struktur auch betroffen. Man spricht aber von der Überproduktion. Wir hätten ja auch in Bayern wie in Deutschland wie in Europa eine riesige Überproduktion. Ich denke, wir bräuchten mehr Qualität und weniger Quantität. Das heißt, das ist die Frage der nachhaltigen Nahrungsmittelerzeugung, der regionalen Nahrungsmittelerzeugung, dass praktisch der Landwirt weniger produziert, aber qualitativ hochwertiger und dann noch einen besseren Preis bekommt. Schauen Sie, ich glaube, es ist kein Land in der Europäischen Union, wo weniger Geld für Nahrungsmittel ausgegeben wird wie bei uns. Das heißt, wir sind mit Schlusslicht in Europa bei den Ausgaben für Nahrungsmittel. Wir geben für Kosmetika oder für Kleidung wird viel mehr ausgegeben wie für das, was wir brauchen, was unser Körper braucht für gute Ernährung. Und auch da braucht es eine gewisse Wertschätzung. Sehen Sie da einen integrierten Ansatz zur Lösung? Es kann ja nicht sein, dass wir unsere Überproduktion auch noch in Entwicklungsländer geben und dort noch die Agrarmärkte kaputt machen. Also für mich ist es aus ökologischen Gründen auch nicht sinnvoll, Äpfel aus Neuseeland nach Deutschland zu schicken, um die dann dort zu verkaufen. Ich finde, wir müssten auch mal die Biologie im Einkaufsmarkt wieder stärker berücksichtigen. Brauche ich wirklich jede Obstsorte und jede Frucht zu jeder Jahreszeit? Oder gibt es nicht einfach Wintermonate, wo es dann gewisse Früchte nicht gibt und dann braucht man die auch nicht importieren, sondern dass man eben bewusst auch regionale Produkte Wert darauf legt? Sie sehen ja, das ist eine Querschnittsaufgabe. Da sind alle Bereiche beteiligt, beispielsweise das Kultusministerium. Ernährungsbildung und Erziehung kann ja schon in der Schule stattfinden. Das heißt, jeder Grundschüler soll mindestens einmal auf dem Bauernhof gewesen sein, damit er eben nicht denkt, dass die Kuh normalerweise lila ist, sondern dass die braun oder blau-weiß wäre. Und auch die in den fünften bis siebten Klassen sollen dann praktisch in den Mittelschulen jeder Schüler auch einmal einen ernährungsverarbeitenden Betrieb einen Tag kennenlernen, um da einfach auch ein Bewusstsein zu schaffen. Und insoweit ist es eine Aufgabe für den Landwirtschaftsausschuss, es ist eine Aufgabe für den Bildungsausschuss, es ist eine Aufgabe für den Sozialausschuss. Ich glaube, das ist ein Querschnittsthema, dem wir uns im Bayerischen Landtag durchaus widmen sollten. Also, man hört die Signale. Ich bedanke mich für die Eräußerung dieses sehr, sehr schwierigen und wichtigen Themas. Danke fürs Mitmachen. Und das war schon unser Plenum TV Magazin, diesmal für Franken. Wir sehen uns beim nächsten Mal.